Eine Herzensangelegenheit von Elke Müller ist es, Frauen für das Unternehmertum zu begeistern. Sie ist Vorbildunternehmerin bei Existenzgründerinnen.de, außerdem bei Diversities und Startup BW at School aktiv. Ich habe von Anfang an bei einigen Themen einfach gesagt, ich hole mir Hilfe. Was ist, wenn es schief geht und ist es dann so schlimm oder war es einfach dann eine gute Erfahrung, ich glaube es ist wichtig, dich immer wieder auch wirklich die Frage zu stellen und dir ernst gemeint zu stellen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann. Das ganze Interview findest du auf mutigundklug.de